Sooo, meine lieben Leute, gehts hier noch ein R und ich würd mal sagen, wir spielen jetzt mal Daylight Neugeschichte. So, yo. Genau. Es kommt noch mehr. Möchtest du speichern? Ja klar. Würde ich gern mal? Okay, also, weil wir anscheinend schon zu weit sind, muss erst mal speichern. Ja, Daylight kann man jetzt nicht so erklären, ist Hammer Game. Hab ich gehört jedenfalls. Hat mir noch mal schnell einen Trailer angeguckt, also ich bin jetzt noch ganz unerfahren. Aber es soll krank sein. Es soll richtig krank sein. Darum habe ich jetzt auch, so, warte. Jetzt haben wir ja erst mal. Laufen, L2. Laufen mit L2, what the fuck. Leuchtstab verwenden. Okay, Signalfackel. Bewegen, ja gut, laufen. Ja, Share. Minikarte. Okay. Pause. Pause werde ich wahrscheinlich oft brauchen. Objekte aufheben. Und verwenden. Okay. Objekt werfen, objekt fallen lassen, klettern, objekt aufheben und verwenden. Also, X und R2 ist gleich. Kamera. Ja, sonst heißt man mal. Entzündete Signalfackeln schützen dich. Bring das Siegel zum Portal. Also, wenn ich jetzt schon lese, hier, warte, finde ich die Relikte der vergangenen. Spieldaten, äh, wenn die Symbole, ja gut. Wenn ich jetzt schon lese, äh, angezündete Signalfackeln schützen dich. Also, da hab ich schon wieder keine Lust drauf. Versteht das jetzt nicht falsch, aber... Ja. Okay. Okay. So, anscheinend keine Vorgeschichte. Hm. Ich glaube, die Grafik. Ich krieg jetzt schon Angst zu stellen, ja? Ja, ich weiß noch nicht wie es ist, das ist das Gute. Succeed. Moment, ich muss erstmal hier, ich, ich, ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen Empfindlichkeit runterdrehen. Das geht ja mal nicht. Ähm. So, Musik laut Stärke. Ja, gut. Das geht alles. Komm, mach mach mal auf 15. Untertitel aktiviert. Real 3D. Okay. Haha. Vibrationen. Ja, gut, komm. Wollen wir es mal machen. Drück mal die ganze Nummer. Naja, komm, 18. Wir wollen hier nicht zu hell haben, dann brauchen wir ja keine Taschenlampe mehr. Ähm. Steuerung. Achso, naja, gut. Ach, kann ich hier gar nicht. Kann wohl ja gar nicht. Naja, das scheiße geht nicht. Okay. Oh nein. Also jetzt wo ich das hier sehe, da würde ich gerne wieder meine empfehlen. Ähm. Dings hier. Runterdrehen. Ehrlichkeit. Alter. Leute. Krank. Also. Okay. Ja. Ach, hier hereinzoomen. Dürfen wir uns freuen, weil wir hereinzoomen können. Hier bin ich. Okay. Die Empfindlichkeit ist ganz schön hoch. Erstaunlicherweise habe ich noch keine Angst. Ich weiß gar nicht ob. Ich glaube wir sollten uns nochmal da unten umschauen. Haben wir auch einen netten Zuschauer hier bekommen. So. Ja. Ja. Hier hier ist doch was blimmerndes. Das kann man auch. Ne. Ähm. Die. Ja. Die. Ja. Might Island. Island. Haftanstalt hat vor kurzem den Namen ihreshausen. Ihrens neuen. Boah. Alter ich. Ich. Bin Analphabet. Sorry. Versteht das jetzt hier nicht falsch. An dieser Stelle. So. Ich habe hier nämlich nochmal einen Timer laufen. Darum bin ich ein paar mal AFK. Ähm. Aber halt nur kurz. Ich werde die ganze Sache hier wie ihr schon merkt hier auch auf YouTube hoch. Okay was haben wir hier. Leuchtstäbe. So wenn wir Leuchtstäbe um weitere ähm weiter sehen zu können. Leuchtstäbe gefunden. Inventar voll. Du hast viele. Du hast zu viele Leuchtstäbe. Okay. Komm hier rein. Ah. Gut. Das ist gut dass wir da nicht rein können. Ich habe nämlich irgendwie keinen Bock. So ähm. ich weiß nicht. Wahrscheinlich liegt ja noch irgendwas. Das ist doch mal krank. Alter Leute. Und äh. Dieses Spiel. Das ist aggro. So im Moment. Das wollte ich nämlich wieder hier. Genau. Ähm. So. Ich glaube wir können mal weiter gehen. Ach das X ist nur so. Okay. Jetzt sind wir hier lang irgendwie. Nee. Komisch. Was. Mysterio ist angezeigt. Ich glaube die Karte spinnt. Ein bisschen oder so. Ich bin zwar nicht. Egal. Soll es mir auch egal sein. Okay. Ich dachte jetzt wieder so ein Text zum lesen. Nein. Ein Bild einer toten Kuh. Na ja. Gut. Warum nicht. Ey. Das ist so hardcore wenn das scheiß Ding hier vibriert. Ich habe nämlich Vibrationen auf dem Controller. Datum 4. April 1988. Akte. Patient 13. Lauf. Sauber. So. Noch 5 Minuten. Dann gehe ich erstmal kurz AFK. 6 Minuten. Aber wir sehen schon mal. Es ist knifflig. Schon im ersten Teil. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte ja erstmal so. Fett durchlaufen. Nein. Hier geht es weiter. Hüpfen kann ich nicht. Ach stimmt. So konnte man rein. Stimmt. Haben wir doch vorhin durchgelesen. Was ist denn nur los? Was ist das hier? Häftling 52 hat offenbar Visionen von Schattenmenschen. Die anwesenden Ärzte versuchen fortlaufen. Boah jo. Zu schwierig für mich. Hauptschule. Konventionelle Therapien. Aber ich glaube wir müssen uns neue Prozeduren Gedanken machen. die unsere bisherige Erkenntnisse neue Anstöße verleihen. Okay. Aber ich weiß nicht. Geht es hier weiter? Ach ne. Hier war ja noch. Kann ich da irgendwie interagieren? Interagieren? Kann ich hier interagieren? Oh Jochen? Ne. So wir bräuchten jetzt was. Wie konnten wir auf dem. Scheiß Raum raus. Das ist jetzt hier mal die Frage. Beziehungsweise. Was ist jetzt unser Auftrag? Da ist Licht. Da würde ich gerne mal rausgehen. Aber. Wie ich so ein Spiel kenne. Genau. Darf man es nicht. So die erste Nachricht. Ich äh. Kann sie mir leider nicht anschauen. Tut mir leid. Mh. Aber hier auch bitte keine äh. Also. Nichts hier spoilern und so. Weil. Ja. Ich will ja auch noch was dran haben. Moment. Wenn man jetzt Optionen drücken. Und zwar. Warte. Was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Ich wollte was machen. Scheiße. Genau. Steuern. Laufen. Ja. Gut. Minikarte. Ja. Objekt werfen. Objekt werfen. Objekt werfen. Objekt werfen. Ja. Ach da. Ja. Stimmt. So. Jetzt ist natürlich nur die Frage. Wir zoomen jetzt einfach mal rein. Weil wir nichts anderes zu tun haben. Und zoomen wieder raus. Wir haben natürlich kein Netz. Aber eigentlich anrufen. Abwesenheit. Doch. Wir haben volles Netz oder? Ich wüsse nicht. Sieht so aus. Verdammt. Leute. Ernsthaft. Ich mag solche Musik nicht. Bitte auf damit. Hier geht es doch wahrscheinlich weiter. Aus irgendeinem. Mysteriösen Grund. Aber ich glaube auch wir müssen jetzt irgendwas mit den Leuchtfackeln machen. Das denke ich. Ah. Guck mal da. Heute bling bling gemacht. Den können wir jetzt hier fallen lassen. Genau. Und dann leuchtet das erstmal. Sauber. Ich glaube die sind auch wichtig. Ach guck kann man es. Hier hinten. Jetzt macht mir hier keine Angst. Leckt mich am Arsch. Ich hoffe ihr mal ihr habt das Schreien gehört. Ich will es eigentlich nicht nochmal hören. Wenn ich ehrlich bin. Ich glaube. Das ist. Weil wir hier. Ach das sind unsere Fußabdrücke. Ah. Da siehst du mal wieder was dazugelernt. Ich soll natürlich anscheinend Hinweise sammeln. Die Fußabdrücke haben wir schon. Okay das sind unsere Fußabdrücke aber. Können wir mal drüber hinweg schauen. Wisst ihr dass ihr mich mal ganz hart am Anus lecken könnt. Heilige Mutter Maria. Aber sie ist auch nicht okay. Boah. Oh mein Gott. Ich muss auf meinen Timer schauen. Sorry. Okay meine lieben Leute. Ähm. Ich muss erstmal hier. Ne. Mini. Jaja komm. Jetzt muss ich erstmal ein minimales äh. Cut machen. Äh. Und dann geht es gleich weiter. Dauert vielleicht nur so 10 Sekunden. Also. Jo. Bis. Gleich dann. Jo. 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 Jo.